Glücklicherweise hatte ich meine Angst am nächsten Tag ziemlich gut unter Kontrolle. Hallo Kevin, kann's losgehen? Na, ich denke schon. Es gab ja auch nichts, worüber man sich Sorgen machen musste. Es war bloß eine einfache kleine Füllung. Miss Hasenfuse, stimmt irgendwas nicht? Nicht doch, die Sache ist dir... Wem wollte ich etwas vormachen? Ich muss es ihr sagen, zugeben, dass ich Angst hatte. Vielleicht würde sie mich wegen meiner Ehrlichkeit bewundern. Es ist so... Wir hatten ein Feuer. Ein Feuer? Ja, ja, bei uns zu Hause. Ich muss gleich los. Es wurde doch niemand verletzt. Oh nein, es wurde niemand verletzt. Ich will jetzt nur nach Hause. Das ist es. Nein, das war's. Ein Feuer.